Du bist Daytrader und bist mit dem ganz normalen Candlestick-Chart, also dem Preisschart, nicht erfolgreich? Möchtest mehr über den Footprint-Chart lernen? Dann zeige ich dir hier in dem Video, was genau der Footprint-Chart ist und wie du ihn wirklich nutzen kannst. Hallo, mein Name ist Philipp Kutzhaller, ich bin professioneller Trader und Investor. Um meine Trading-Fähigkeiten zu beweisen, habe ich 2022 an der Trading-Weltmeisterschaft teilgenommen und mit 64,1% den fünften Platz belegt. Doch hier in diesem Video soll es jetzt um den Footprint-Chart gehen, wie du diesen genau für deine Bestätigung, für dein Trading-Setup nutzt und die richtigen Entries und Exits findest. Doch bevor wir wirklich so tief reingehen, erstmal die Frage, was ist der Footprint-Chart? Hier siehst du im Footprint-Chart einen Delta-Footprint-Chart und in dem Footprint-Chart werden prinzipiell die Market-Orders dargestellt, nämlich die Transaktionen der Marktteilnehmer. Diese Orders werden innerhalb einer Kerze dargestellt. Die Punkte 1 bis 4, die sind die ganz normalen Informationen, die du auch auf jedem Preisschart findest, nämlich 1 die Eröffnung, 2 das Tief, 3 das Hoch der Kerze und 4 der Schluss der Kerze. Die anderen weiteren Punkte, nämlich 5, zeigen das Bit- und das Ask-Volumen, also das Handelsvolumen, was auf der Sell-Seite und auf der Buy-Seite ausgeführt wurde, per Market Order. Dann siehst du hier noch die Differenz, nämlich das Delta-Volumen, die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen als Delta ausgedrückt. Das ist relativ aussagekräftig, denn daraus kann man sich ableiten, welcher Marktteilnehmer hier dominant ist und dementsprechend die Preisbewegung treibt. Als letztes siehst du hier auf meinem Footprint-Chart noch den Point of Control, nämlich das Preislevel hier in pink dargestellt, Nummer 7, wo die meisten Transaktionen stattgefunden haben. Das sind einmal die Basics des Delta-Footprint-Charts und hier ist dieser dargestellt als Renko-Kerze, das heißt nicht als Minutenkerze. Viele, viele Daytrader benutzen den Footprint-Chart im 5-Minuten-Chart oder 1-Minuten-Chart. Ich denke, da geht einem etwas Informationen verloren, denn tatsächlich interessieren die großen Marktteilnehmer auch nicht die Minutenkerzen, sondern es interessiert das Transaktionsvolumen auf den entsprechenden Preisleveln und ja, mit dem Renko-Chart lassen sich Umkehrformationen oder Trendbewegungen wirklich sehr, sehr gut visualisieren. Deswegen nutze ich das auch hier auf dem Footprint-Chart. Was siehst du noch im Footprint-Chart? Und zwar im Footprint-Chart sieht man noch hier diese grünen und roten Zahlen. Das sind Kauf- und Verkaufsungleichgewichte. Das heißt, jeweils ein Kaufungleichgewicht entsteht, wenn die Market-Orders auf der Kaufseite dreimal größer sind als die Market-Orders auf der Verkaufsseite. Mit solchen Visualisierungen kann man zusätzlich darstellen, welcher Marktteilnehmer dominant ist oder wo es eventuell eingeschlossene Trader gibt. Eine bullische Footprint-Kerze ist hier einmal dargestellt. Natürlich ist das eine grüne Kerze und es gibt viele grüne Balken hier als Delta-Volumen auf der rechten Seite. Ebenfalls ist diese bullische Footprint-Kerze davon gekennzeichnet, dass wir Kaufungleichgewichte haben, das heißt grüne Zahlen. Eine bärische Kerze ist natürlich eine rote Kerze. Sie schließt unten und sie hat ganz, ganz viele rote Balken auf dem Delta-Footprint-Chart. Das heißt, die Verkäufer sind hier am Drücker. Die Verkäufer sind dominant und drücken den Preis nach unten. Denn genau das ist es, wie Bewegungen entstehen. Bewegungen entstehen dann, wenn aggressive Market-Orders die Limit-Orders rausnehmen und letzten Endes den Preis in die eine oder andere Richtung bewegen. So entstehen Preisbewegungen und das kann man hier auf dem Footprint-Chart hervorragend visualisieren. Doch lass uns einmal in meine Trading-Software Sierra-Chart gehen und ich zeige dir dies auch in dem Chart. Hier siehst du einmal meinen Sierra-Chart-Footprint, den Delta-Footprint als Renko-Chart, nämlich 8 Ticks. Das heißt, jede Kerze hat eine Größe von 8 Ticks und das ist letzten Endes spezifisch auch für jeden Markt einzustellen. Warum 8 Ticks hier für den S&P 500? Naja, weil man mit 8 Ticks ungefähre Umkehrformationen erkennen kann. Eine Umkehrkerze entsteht im Renko-Chart bei der doppelten Größe, also bei 16 Ticks. Und damit lassen sich Umkehrformationen bzw. Akkumulationsphasen der großen Marktteilnehmer gut darstellen. Sollte die Volatilität größer sein, wie zum Beispiel im Nasdaq, da muss man natürlich diesen Renko-Chart etwas anpassen. Und hier eine größere Tick-Einheit für den Renko-Chart wählen. Doch hier im S&P 500 sind 8 Ticks mein präferiertes Setting und man sieht das auch schon hier. Hier unten gab es eine Bewegungsrichtungsänderung. Es haben sich hier die großen Marktteilnehmer positioniert. Das sieht man hier mit den Käufern. Dann kommen auf der gleichen Seite nochmal Verkäufer, die das nicht schaffen, den Preis zu bewegen. Und hier kommen denn hier immer weiter Käufer in den Markt. Unten gibt es immer wieder ein paar Verkäufer, die allerdings niemals dominant werden. Das heißt, die Marktteilnehmer schaffen es nicht, den Markt in die entsprechende Richtung zu bewegen. Und genau das ist das Szenario, was wir hier auf dem Footprint-Chart sehen und als unsere Trading-Bestätigung für unsere Trading-Richtung sehen. Wenn wir weiter gucken, dann sehen wir hier letzten Endes auch, dass hier die Verkäufer nochmal versuchen, den Preis zu drehen. Es werden hier auf diesem Preislevel von 5.208, 5.209 werden letzten Endes einige wahrscheinlich Gewinne einfach nur mitgenommen. Denn das sind keine Marktteilnehmer, die wirklich eine Preisbewegung nach unten machen, sondern sie werden letzten Endes von den Kauftransaktionen der größeren Marktteilnehmer hier absorbiert. Und mit dieser Kerze hier gibt es dann letzten Endes auch die Bestätigung, dass die Aufwärtsbewegung weitergeht. Denn diese Kerze ist eine bullische Kerze, sie schließt oberhalb und wir kriegen signifikantes Volumen oberhalb dieser Short-Trades. Genau das ist dann auch der Fall. Für weitere Punkte gibt es weiter, weiter, immer weiter Market Orders, die hier auf dem Preislevel gekauft werden. Und dann erst mit dieser Kerze gibt es hier signifikantes Verkaufsvolumen auch wieder. Solltest du sowas sehen, ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass die Bewegung kurzzeitig eventuell zum Stoppen kommt. Und sollte sich das natürlich hier bestätigen mit signifikanten Volumen, hier nochmal Verkaufsvolumen auf diesem Preislevel, dann kann es natürlich sein, dass die Bewegungsrichtungsänderung auch hier nach unten auftritt. Ist das allerdings nicht der Fall und wir kriegen ebenfalls wieder hier oben Kaufvolumen, dann sind diese Verkäufer hier nicht dominant und sie können den Preis nicht in die Richtung bewegen. Die ganzen Preisbewegungen werden natürlich auch visualisiert mit steigenden Point of Controls. Das heißt, wenn du hier in dem pinken Kasten immer steigende pinken Kästen siehst, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass der Point of Control auch in die Long-Richtung wandert und natürlich wir vorzugsweise Long-Trades suchen. Wenn das Ganze zu schnell war oder da noch Informationen fehlen, schreib mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Ich freue mich über deine Kommentare und möchte alle diese beantworten. Wenn du denkst, wow, der Footprint-Chart, das ist ja der heilige Gral im Trading, das muss ich unbedingt lernen, dann kann ich dir sagen, ja, der Footprint-Chart ist sehr, sehr wichtig. Aber noch viel, viel wichtiger ist es, einen professionellen Trading-Plan zu haben. Denn ein professioneller Trading-Plan sieht bei mir wie folgendermaßen aus. Ich mache eine Trading-Kontext-Analyse, um ein größeres Gesamtbild zu kriegen, wo die aktuellen Bewegungen hingehen, wo die Value-Area ist, wo die Marktteilnehmer große Transaktionen ausgeführt haben und wie sie sich positioniert haben. Der Footprint-Chart, wie du siehst hier oben, gehört zur Order-Flow-Analyse und ist dementsprechend nur die klitzekleine Bestätigung, das i-Tüpfelchen für mein Trading-Setup. Natürlich trade ich auf dem Footprint-Chart, dort hole ich meine letzte Bestätigung für meinen Trading-Entry und Exit und genau so solltest du den Footprint-Chart auch verwenden. Es ist nicht der heilige Gral im Trading. Wenn du mehr wissen willst, dann schau dir gerne meine Webseite an, komm in meinen kostenlosen Discord-Kanal und wenn du natürlich professioneller Daytrader werden möchtest, dann kannst du natürlich auch in meinen Daytrading-Kurs kommen. Dort zeige ich dir das ganze Wissen und die Anwendung auch in den wöchentlichen Live-Trading-Sessions. Das heißt, wir traden zusammen die Märkte. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal und ich freue mich auf deine Kommentare. Ich wünsche dir viel Erfolg im Trading, bleib unbedingt dran, bis zum nächsten Video.